Jane Eyre Jane Eyre Charlotte Bronte veröffentlichte ihren Roman 1847 unter dem Pseudonym Cara Bell. Das ist ein Männenname, weil Frauen damals keinen Männern die Arbeitsplätze wegnehmen sollten. Und los geht's in Gateshead bei der Tante, wo die kleine Jane von ihrem Cousin John gequält wird. Was liest du da hinter dem Vorhang, du Parasit? Gib mir das Buch und stell dich an die Tür! Und bösartig wirft er ihr das Buch an den Kopf, verletzt sie und es kommt zu einem Handgemenge. Du Mörder, Nero! Aber Hilfe ist unterwegs, jedenfalls für John. Jane, du kleines Ungeheuer! Einzelhaft für dich im Sterbezimmer deines Onkels! Es wird dunkel, Jane hört unheimliche Geräusche und bekommt Panik. Lass mich raus! Jane bricht zusammen und wird schwer krank. Mrs. Reed ist sich sicher, dass Jane einfach nur eine bösartige und lügnerische kleine Simulantin ist und will sie loswerden, weshalb sie das Waiseninternat Lowood findet, das von Mr. Brocklehurst geleitet wird. Die ist eine totale Lügnerin! Das werden wir schon aus ihr rauskriegen. Tschüss! Ich lüge nicht! Aber sie wird nach Lowood gebracht. Hier lernt sie Helen kennen, ein geniales kleines Mädchen, das trotzdem ständig geschlagen wird. Und die Jane so, warum lässt du dir das gefallen? Weil ich es verdient habe! Ich muss gezüchtigt werden! Wenn wir grundlos geschlagen werden, dann sollten wir hart zurückschlagen! Der nette Mr. Brocklehurst bemüht sich, die Anzahl der Waisenkinder zu reduzieren, indem er Essen und Brennholz spart. Ihh! Das Porridge ist angebrannt! Glücklicherweise gibt es die nette Miss Temple. Extra Brot und Käse für die Mädchen! Entschuldigung, Miss Temple! Ja, das Porridge war angebrannt! Und warum haben sie dann nicht mit den Mädchen gefastet und gebetet? Da zerbricht Jane ihre Schiefertafel und er so, aha, die Lügnerin, komm mal her! Und er stellt sie vor der ganzen Schule auf einen Schemel und sagt, die ist vom Teufel besessen! Keiner redet mit dir, klar! Nach dieser unfairen Zurschaustellung wird Miss Temple ihre Freundin. Offenbar haben die kleinen Waisen nicht genug gebetet. Jedenfalls wird die Schule von einer Typhus-Epidemie heimgesucht und über die Hälfte der Mädchen erkrankt, so auch Helen. Und sie sagt, äh, tschüss Jane! Wieso tschüss? Darfst du nach Hause? Ja, in mein ewiges Zuhause! Arg! Und sie stirbt. Jane bleibt viele Jahre an der Schule und arbeitet sogar hier als Lehrerin. Dann findet sie einen Job als Gouvernante in Thornfield Hall. Hier lebt sie mit der Hausdame Miss Fairfax, einer echt netten älteren Dame, und unterrichtet die kleine Adele, die der Eigentümer aus Frankreich importiert hat. Es geht ihr fantastisch. Nur ein bisschen einsam ist es manchmal. Eines kalten Winterabends, das wäre jetzt mal Winter, geht sie spazieren und ein Reiter galoppiert ihr aus dem Dorf entgegen. Und es geht so, waaah! Er rutscht auf dem vereisten Weg aus und sie so, Sir, kann ich helfen? Sind Sie verletzt? Sie hilft ihm wieder aufs Pferd, er galoppiert weiter und natürlich ist das der Eigentümer von Thornfield, Mr. Rochester. Der hat sich den Knöchel verstaucht und findet es gar nicht komisch. Sie haben ein Pferd verhext und interessant sind sie auch nicht gerade. Finden Sie mich gut aussehend? Äh, nee, Sir. Ich sie auch nicht. Er ist mürrisch, sie ist störrisch, deshalb kommen sie mit der Zeit echt gut miteinander aus. Er vertraut ihr sogar. Adele ist vielleicht meine Tochter von einer Tänzerin, mit der ich in Paris gelebt habe. Die hat mich dann aber betrogen, deshalb habe ich ihren Liebhaber erschossen und sie sitzen lassen. Nachts hört Jane dann ein dämonisches Lachen. Ah, Moment mal, hier brennt doch was! Und es ist Rochesters Bett, das Feuer gefangen hat. Sie eilt zu ihm, löscht es und rettet ihn. Und er so, wow! Und sie so, das muss diese komische Dienerin Grace Poole gewesen sein. Und er so, was? Äh, ja, äh, genau, danke fürs Retten. Jederzeit wieder. Sir, hm, ich frage mich, ob der mich ein bisschen mag. Am nächsten Morgen ist Rochester weg und kommt erst einige Tage später wieder mit einigen Ladies und Gentlemen, darunter Blanche Ingram. Was für eine Bitch, das ist wahrscheinlich die perfekte Frau für ihn. Rochester und Blanche haben total viel Spaß zusammen und Jane ist jetzt echt eifersüchtig und unglücklich. Eines Abends ist Rochester weg und ein Mr. Mason kommt an. Hallo, ich bin Mr. Mason. Dann will eine sonderbare Zigeunerin den Frauen die Zukunft vorhersagen. Zuletzt wird Jane zu ihr geholt und die Zigeunerin sagt ihr so auf den Kopf zu und sie lieben also ihren Boss und Jane so, verarschen sie mich nicht, der wird die Blanche Ingram heiraten. Erkennen sie mich nicht, denn natürlich ist es Rochester, der sich als Zigeunerin verkleidet hat. Haha, sehr witzig, Sir. Übrigens ist so ein Mr. Mason aufgetaucht. Was? Und er ist sichtlich geschockt von der Neuigkeit. Mitten in der Nacht ruft er Jane zu sich. Jane, Mason ist verletzt, diese komische Dienerin Grace Poole war's. Bleib bei ihm, ich hole einen Arzt. Das macht er, schmeißt Mason dann aber noch vor Sonnenaufgang raus, nachdem er versorgt ist. Danke, dass du mir dabei geholfen hast. Wann immer ich helfen kann. Wirklich? Dann bitte, bleib doch in der Nacht vor meiner Hochzeit mit mir auf. Und sie so, sie leidet, er geht. Jane erfährt, dass ihr Cousin John tot ist und ihre Tante im Sterben liegt. Deshalb besucht sie sie ein letztes Mal in Gateshead. Und sie so, bist du Jane Eyre? Ja, ich hab dich immer gehasst, aber ich sterbe, deshalb bitteschön, du hast einen Onkel in Madeira, der dir sein Vermögen hinterlassen will, aber ich hab ihm gesagt, du bist tot. Hahaha, und sie stirbt. Und Jane so, naja, wenigstens bin ich sie los. Ein paar Wochen später kommt sie zurück nach Thornfield und Herr Rochester so, Zauberfee, wo bist du gewesen? Ich hab mich von meiner Tante verabschiedet, aber jetzt komm ich nach Hause, denn zu Hause ist, wo sie sind. Und in einer warmen Sommernacht spazieren sie im Garten und er so, willst du mich heiraten? Verarschen sie mich nicht. Mach ich nicht. Ich will, dass du mich heiratest. Und sie so, ja, ich will. Aber als ob der Himmel etwas dagegen hätte, gibt's ein Gewitter. Und er so, okay, wir heiraten ganz klein und düsen dann ab auf den Kontinent, okay? Und am Tag, bevor die Hochzeit stattfinden soll, Wow, Rochester, ich hatte so einen üblen Albtraum. Eine Frau kommt in mein Schlafzimmer und zerreißt meinen Schleier, den du mir gegeben hast. Ja, das war entweder ein Vampir oder Grace Poole. Bitte bleib einfach wach mit mir heute Nacht. Das tun sie und dann gehen sie endlich zur Kirche, wo der Pfarrer seinen Standard-Disclaimer vorliest. Also, wenn jemand Einwände hat dann und in dem Augenblick kommt ein Anwalt und sagt, Mr. Rochester ist schon verheiratet und zwar mit Mr. Masons Schwester, die in Thornfield versteckt gehalten wird. Und Rotschi so, haha, stimmt! Und er nimmt die ganze Gesellschaft mit in den dritten Stock von Thornfield Hall, wo seine Frau versteckt gehalten wird. Also, bitteschön, alle zusammen, das ist meine irre Ehefrau, die von der komischen Dienerin Grace Poole versorgt wird, die Alkoholikerin ist, weshalb ihr die Irre manchmal abhaut. Und sie greift ihn an, aber er kommt davon und versucht, Jane das Ganze zu erklären. Es ist nicht das, wonach es aussieht, Jane. Mein Vater hat mich gezwungen, sie zu heiraten. Kurz darauf ist sie verrückt geworden. Ich hab auf dem Kontinent versucht, sie zu vergessen, aber dann warst du hier und ich hab mich in dich verliebt und diese Blanche Ingram Nummer inszeniert, damit du dich auch in mich verliebst. Bitte, willst du mit mir leben, auch ohne zu heiraten? Als deine Mätresse, und Jane ist geschockt, geht schlafen und nachts flieht sie aus Thornfield, wobei sie nur ein paar Pennies in der Tasche hat. Sie irrt herum, ist halb verhungert und klopft dann auf gut Glück an eine Tür. Und es wird ihr zwar aufgemacht, aber die Haushälterin sagt, was, geh weg, aber ich bin am Verhungern. Ja, Pech! Lass sie rein! Und in diesem Augenblick macht sie die Bekanntschaft von St. John und seinen Schwestern, die im gemütlichen Haus Marsh End wohnen. Jane bleibt bei ihnen und sie kommen ziemlich gut miteinander aus, wie Geschwister. Könnten sie mir vielleicht helfen, einen Job zu finden? Hm, meine Schwestern sind Gouvernanten und ich werde mich als Missionar in Indien aufopfern, aber sie können die Mädchendorfschule übernehmen, die ich gegründet habe. Sehr gerne! Und genau das tut sie. Sie lebt in der Hütte, die zur Schule gehört. Er besucht sie jeden Tag. Eigentlich ist er aber in eine andere verliebt, eine reiche Erbin namens Rosamund Oliver, die die Schule übrigens finanziert hat. Was? Sie haben Miss Oliver gemalt? Kann ich eine Kopie haben? Nehmen Sie doch lieber das Original. Nein, ich opfere mich als Missionar in Indien. Und ein wenig später kommt er nochmal wieder und sagt, hier, Jane, Sie haben das Vermögen von Ihrem Onkel in Madeira geerbt. Was? Woher wissen Sie denn das? Naja, als Pfarrer, also gut, ich bin Ihr Cousin und der hat halt meine Schwestern und mich enterbt und Sie kriegen alles. Echt? Na dann teilen wir doch einfach alles durch vier. Nein, doch. Und so passiert es. Sie leben wieder zusammen in Marsh End und der Rivers sagt dann irgendwann so, also ich werde mich ja als Missionar in Indien aufopfern. Hilfst du mir, Hindi zu lernen? Okay. Und komm mit nach Indien. Okay. Und heirate mich. Nee, wieso sollte ich? Ich liebe dich gar nicht. Aber Liebe ist ja Blödsinn und du bist ja auch eher so ein Arbeitstier als eine Liebhaberin. Und er setzt sie mit miesen Psychotricks unter Druck und sie so, Entschuldigung, ich helfe Ihnen gern, aber ich werde nicht Ihre Ehesklavin. Doch, nein. Und dann hört sie mitten in der Nacht einen Schrei. Jane! Was? Ich komme! Am nächsten Tag bricht sie nach Thornfield auf, denn natürlich hat sie Rochester nicht vergessen. Aber anstelle des Herrenhauses findet sie nur noch eine verkohlte Ruine vor. Die verrückte Ehefrau hat es niedergebrannt, ist dabei gestorben und Rochester hat eine Hand und sein Augenlicht verloren. Er lebt jetzt in einem Haus im Wald namens Fern Dean und Jane rast dorthin und sagt, Hallo, ich bin's, Jane! Und er so, Verschwinde, du bist nur eine Halluzination, wie neulich, als ich Jane gerufen habe und ihre Stimme geantwortet habe, Was? Ich komme? Das habe ich auch gehört. Ich bin die echte Jane. Echt jetzt? Und sie setzen sich hin und reden und sie erzählt ihm alles. Er ist eifersüchtig, aber sie lieben sich noch. Heiratest du mich jetzt? Ich bin wieder zu haben. Und ab! Yes, Sir! Und nach einer Weile kann er sogar wieder sehen und sie bekommen Kinder miteinander und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. Also sagen wir zum Schluss, legt euch nicht mit Gouvernanten an, und die sind hart im Nehmen. Und das, liebe Gemeinde, war Jane Eyre von Charlotte Bronte. Vielen Dank. Vielen Dank.